Peace, Leute. Eigentlich mache ich die hier. Aber ja, nochmal Peace, Leute. Ich bin hier und heute ist mal wieder der liebe Alfie am Start. Wir haben den gleichen Tanz, ich habe ihn mir gerade gekauft. Sieht ihr hier an meiner Vibox da oben? Ja, und die macht ihn gerade gleichzeitig. Nicht gleichzeitig. Ich nehme auch losgehen, okay? Ich feiere dich. Ich feiere einfach diesen Tanz. Aber ich habe mich erschrocken, wo du diesen Ding... Hättest du mir auch so eine Torrex-Ding geschenkt? Ja, natürlich. Guck, Leute. Ich nehme Milch. Ich nehme Milch. Ich nehme unseren guten alten Teddybär. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Zahnzeile oder diese Pickaxe kaufen soll hier, Leute. Welche Pickaxe? Ich sage dir eine Pickaxe, die ändert... Ich sage dir Pickaxe, das bringt ja eigentlich nichts. Die ändert ja nichts. Ich will eigentlich so eine Max-Skin, die jetzt hier holen, aber ich warte lieber auf die Schützer-Skin. Also die Fußball-Skin mal. Ist eine bessere Idee, oder? Die waren schon lange nicht mehr drin, oder? Ja, ich weiß. Ja, ich habe jetzt nur noch 7000 Liter. Die gebe ich jetzt auch für... Fußball-Skin? Ja, und so alles. Also... Naja... Ich kann noch aufladen, aber keinen Bock, weil ich will die halt noch aufgeben. Egal, was morgen kommt, ich hoffe... Lieber... Liebes-Epigents, oder Epigents? Krieg bitte morgen... Die Fußball-Gänzerei, bitte! Ich muss mich selber holen. Leute... Ich mag ihn wahrscheinlich. Ich mag ihn wahrscheinlich. Ich mag ihn wahrscheinlich. Äh... Ich bin nicht schwitzig. Ey, mein Cousin mag nicht, dass ich mir diese Zahnseide hole. Und ich muss mich auch da dran halten, Digga. Der Max, der findet sie so cool. Ich habe Schock. Ich habe Schock. Der ist doch falsch. Ja, aber ich kaufe ihn mir nicht, weil mein Cousin ihn auch will. Und dann kriege ich keine Karte, weil er einen Hänger mitbekommt. Und zwischendurch kriegt man eigentlich keine Handys. Und dafür habe ich 13 Euro bekommen und habe noch 7 Euro draufgelegt. Und habe hier eine 20 Euro PSN holt. Was kann man machen? Eine 20. Ja, ne, 20 Euro. Ey, ich wollte eigentlich eine 50 Euro PSN. Warte mal, ich... Ja, das stimmt. Wurft, du wurfst, Alter, wenn ich dich begegne... Mach mal. Hi, Effer. Was, hi? Wer hat hi gesagt? Was ist denn? Was ist denn? Komm, wir sind in den Blessem Park? Was denn? Jung! Alfie, wie langt in den Blessem Park? Ja. Ich und Alfie, ich und Alfie, haben den gleichen Tanz, stimmt's? Welchen Tanz? Sag du? Sag nicht, sag nicht, sag nicht, sag nicht, sag nicht. Ne, sonst kaufst du mir auch noch kein Loch. Den wirst du dann schon in der Lobby sehen, hoffentlich. Lass auf das Haus. Bestimmt wackeln. Oh, ich hab das Lagerfeuer markiert. Lass da hin. Wackeln? Nein. Doch. Nein. Doch. Ah. Ich hab 300. Lass sind zwei Spiele kein Loch. Hier? Ich schlank jetzt schon, ähm. Glaub ich noch nicht. Nein, nein. Nein, nein, nein. Lein ist bisschen krank. Man lasst es zu. Effe? Ja. Was ist schon mal ein Holland? Ja. Warum darf ich auch mal ein Holland? Ach, du heißt Effe eigentlich? Ja. Aber ich nenne dich Alfie, okay? Ja, darfst du auch machen. Effe? Ja. Ich wohne in der Nähe von Holland. Ach so. In Böhmen. Oh nicht. Nein, oben hab ich nicht. Oh ja, Mann, Digga. Revolver. Revolver und Tag, also ich spür's. Nein. Oh, ja. Das war ganz cool. Spür's. Handle. Oh. Weg, kauf, weg. Weg. Ja, Alter. Okay. Oh. Geh weg! Wenn's kommt dann geht' mal pushen! Okay, denётся mal noch nicht. Oh, ich bin da drüben. Ich hab.. Ich hab äh… ich habe youtube arian habe ich ja als freund der ist gerade offline nein spaß ist nicht der echte aber der hört sich wirklich richtig so an er genau die gleiche stimme das hat er mal gesagt benutzen kreative hat sich komplett original angehört alter geiler konnte ich kann mir noch was für 200 holen aber ich kann bock ich warte auf dem eine neue falle ist draußen ja wahrscheinlich spielen können ja als ob seit wann ist die neue falle hausen wenn ich noch gar nicht raus warum hast du verlassen kommen wir zocken mal eine runde haut nach ja werden sie eingeladen auch nur ein kabel k er kennt er kennt ihr das wenn ihr blauen oder so Anfänger hat, wenn jemand von euch Blasen anfänger hat. Kennt ihr das, wenn ihr Blasen anfänger habt? Ne, der passt. Was könnten eigentlich? Kennt ihr Blasen und Blasen? Ja, das habe ich gerade auf meinen rechten Daumen. Zwei Stück. Als ob. Ey, pass auf, dass du nicht operiert wirst, Digga. Du musst ja operieren. Das kann passieren, dass du operiert wirst oder sowas. Digga, wenn er gerade an meinem Mund aufweißt. Du weißt doch gar nicht innen auf, Digga. Digga, ich kann aber gucken, dass du fehlen. Egal, du hast meine Arme, Digga. Nimm ihn auch. Ja, hab den leider nicht. Spaß! Aber nimm auch die Flügel, komm. Nein! Nimm das Bild. Was ist denn das Bild? Der ist nämlich schwarzer Druck, der ist so verhält, Digga. Ja, das ist der, das ist dermbandste. Wenn man anaufregt hat. Und er ist mit zwei. Das ist keine Musik. Was ist denn da? Kannst du Musik? Ja. Ich bin ein bisschen zu füllen. Stopp! Warte! Echt! Was? Im Solo habe ich 9 Lieder. Top 10 ist 5 und 5 und 6. Top 25 160. Wir minimieren dann Solo. 1220. Also kannst du mir eh sehen. 1000 Zweifel. 1052. Spielte Matches 796. Und in Duo 5 Siege. In Top 5 50. Top 12 120. Eliminierungen 798. Und gespielte Matches... Alfie! Gespielte Matches 801. Und im Team habe ich 11 Lieder. Adrian. Adrian. Ja. 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 Das ist... Hi. Hi. Der verlassen wieder. Also ich sag dir jetzt nochmal. Der verlässt immer zu. Und kommt wieder rein. In den LTM habe ich 32 Punkte. Äh... 161.804... Alfie! Eliminierungen habe ich insgesamt 2.000. Ja. Kannst du mir ein Sieg holen? Das war's auch mit mir. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Das war's auch mit mir. Bis nächstes Mal. Das war's.